In der zunehmend digitalisierten touristischen Welt stehen Anbieter von Ferienwohnungen und Ferienhäusern der Herausforderung gegenüber, wie und auf welchen Kanälen sie ihre Unterkunft im Werben um den Gast ins rechte Licht setzen. Während früher Printmedien der Schlüssel zum Erfolg waren, geht es heute darum, die Möglichkeiten der Online-Vermarktung sinnvoll für sich zu nutzen. Karl ist ein privater Ferienwohnungsvermieter in Schleswig-Holstein und hat schon viel dafür investiert, ansprechende Anzeigen für regionale Tageszeitungen zu gestalten, um neue Kunden zu erreichen. Karl ist verunsichert, da sich der erhoffte Erfolg bisher noch nicht zeigt. Dann hat er kürzlich vom Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein gehört und von den darin angebotenen Online-Kursen zu unterschiedlichen Themen vor dem Hintergrund der Digitalisierung. So ist er auch auf den fünfstündigen Kurs Vermarktung und Online-Präsentation von Ferienunterkünften aufmerksam geworden. Der Kurs vermittelt den Teilnehmenden das nötige, grundlegende Know-how der aktuellen Tourismusentwicklung und gibt ihnen darauf aufbauend das passende Handwerkszeug mit auf den Weg, das eigene Produkt sowie fremde touristische Angebote zu analysieren, mit dem Ziel, das Profil des eigenen Angebotes zu schärfen. So erfährt Karl, was bei der Vermarktung und Online-Präsentation einer Ferienunterkunft zu beachten ist und wie sich die Online-Präsentation von Ferienunterkünften optimieren lässt. Geleitet wird das Modul von Harald Behrens, der mehrere Jahre als Tourismusfachmann für ein namhaftes Internetportal für Ferienunterkünfte tätig war. Der Kurs richtet sich an private oder gewerbliche Vermieter, an Wohnungsverwalter oder auch an Vermietungsagenturen, die mehr über die Chancen und Herausforderungen der digitalen Vermarktung und Online-Präsentation von Ferienunterkünften erfahren möchten. In fünf anschaulichen und kleinteiligen Kapiteln wechseln sich praxisbezogene Inhalte und kurze Überprüfungen des Gelernten ab. Die Teilnehmenden werden Schritt für Schritt an die Rahmenbedingungen der digitalen Transformation herangeführt und lernen die wesentlichen, für sie individuell nutzbaren Inhalte kennen. Basierend darauf erkennen sie das veränderte Informations- und Buchungsverhalten potenzieller Kunden und leiten hieraus Chancen und Herausforderungen für die eigene Betriebstätigkeit ab. Außerdem analysiert Karl touristische Angebotsmerkmale sowie das Nachfrageverhalten im Bereich der Ferienwohnungen und Häuser und lernt dabei Ansätze kennen, die bei der Erstellung eines Marketingplanes unterstützen sowie Methoden in der Kundengewinnung und Bindung veranschaulichen. Dabei erhält er sowohl nützliche Tipps und Tricks zum Thema Buchungs- und Ferienportale und weiteren potenziellen Vermarktungspartnern als auch zur Aufbereitung und Gestaltung der eigenen Internetpräsenz mit Text- und Bildinhalten. Nach erfolgreichem Absolvieren der Lerneinheiten erhält jeder Teilnehmer ein Weiterbildungszertifikat. Möchten auch Sie in den Genuss einer Weiterbildung im Bereich der Vermarktung und Online-Präsentation von Ferienunterkünften kommen, dann melden Sie sich jetzt unter www.oncampus.de slash t40 an.